Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über ein Thema, was mich selbst schon sehr lange beschäftigt, und zwar die Frage, inwieweit lassen sich Teleobjektive als Pseudo-Makroobjektive zweckentfremden? Und wo sind vielleicht die Vor- und Nachteile zu diesem waschechten Makroobjektiv? Dann gibt es ja schon noch ein paar Unterschiede, also ich würde sagen, wir fangen sofort an. Mitgebracht habe ich das 70-200 von Canon, Blende 2.8 durchgehend, und das Sony 200-600mm, natürlich keine Blende 2.8 durchgehend, aber auch ein sehr ordentliches Super-Teleobjektiv, nochmal etwas stärker im Televerhalten als dieses hier. Und natürlich auch das 100er Makro von Canon hier an der R5, aber das spielt erstmal keine Rolle, es ist ein Makroobjektiv. Und natürlich gibt es, wie gesagt, große Unterschiede. Ja, wie kam ich jetzt auf die Frage zu dem Thema, inwieweit lassen sich sich zweckentfremden? Es ist ja nun so, dass ich sehr viel unterwegs bin, nicht nur für Auftragsarbeiten, sondern auch so in der Natur. Und dann stelle ich immer wieder fest, dass ich draußen stehe und mir sage, ja, jetzt so ein Makro, um die Details auf den Blättern festzuhalten oder, ja, mal eine kleine Spinne festzuhalten oder kleine Blüten vor allen Dingen. Einfach so Detail-Shots, die das Gesamtbild einfach schön rund machen. Und dann ist natürlich immer die Frage, was packe ich ein, wenn es gerade darum geht, jedes Gramm quasi einzusparen, was einzusparen geht, wenn es gerade auf lange Bergtouren oder Wanderungen geht. Und dann greife ich in der Regel eher lieber zu einem Teleobjektiv anstelle des Makro. Du kannst natürlich beide generell auch für Portraits und so weiter draußen verwenden, aber wenn es darum geht, kleine Details festzuhalten, dann ist natürlich das Makro mal ein bisschen besser. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ich habe gar kein Makroobjektiv, denn das ist etwas, was du eher sehr viel später kaufst. Also wenn du sehr genau weißt, was du in der Fotografie machst oder brauchst, dann kommt ein Makroobjektiv eher mal noch zum Tragen, denn dann weißt du ganz genau, ich habe jetzt schon 3000 Bilder gemacht bzw. versucht, Wassertropfen oder kleine Kriechtiere einzufangen. Es geht einfach nicht mit meinem 50mm beispielsweise oder Kit-Objektiv. Ich brauche jetzt ein Makro. Und dann macht das durchaus Sinn, sich sowas dann zuzulegen. Dann kaufst du in der Regel keinen 70-200-2.8 oder Blende 4. Wenn du aber sehr viel unterwegs bist, um Portraits zu machen, wirst du gar nicht erst auf die Frage kommen, brauche ich ein Makro, sondern du wirst in der Regel mit sowas hier vielleicht gut bedient sein und dann passt das für dich. Und dennoch gibt es Unterschiede. Ich war draußen gewesen für dich. Ich habe das Ganze mal ausprobiert, gefilmt und fotografiert mit der Sony A7R5. Da habe ich das 70-200 mal drauf gebaut und musste natürlich abblenden, weil es draußen schon sehr hell war. Aber ich habe das Ganze bodentief aufgebaut mit meinem Lieblingsstativ von Fotopro, weil ich da wirklich sehr schön tief arbeiten kann. Und habe das Ganze für dich ausprobiert mit beiden Objektiven. Und das Ergebnis kann ich dir hier gerne mal zeigen. Also du kannst offensichtlich, kannst du Frühjahrs, Blühjahr damit fotografieren und filmen. Offenblendiger sieht es natürlich noch schöner aus. Dann hast du noch ein schöneres Bokeh, weil du nochmal freistellen kannst, wenn das Ganze offenblendig auch dann gefilmt wird. Aber ich habe natürlich auch Fotos gemacht, um dir zu zeigen, wie der Look aussehen könnte. Und in Fotos sieht das schon recht gut aus. Es kommt immer darauf an, wie du und wo du fotografierst, aber mit den 70-200 bist du schon wirklich gut für ein Pseudo-Makro aufgestellt. Aber natürlich habe ich das Ganze auch mit dem Sony 200-600mm gemacht. Habe das Ganze auch wieder aufgebaut. Bodentief ist natürlich ein ganz anderer Look, weil du gerade bei 600mm nochmal eine deutlich stärkere Komprimierung hast. Du hast nochmal ein ganz anderes Bokeh. Es sieht einfach anders aus. Das muss man einfach sagen. Und du bist natürlich nicht so nah dran, wie mit dem Makroobjektiv. Aber auch hier, im Falle des Sony, finde ich, lässt dich das Ergebnis auf jeden Fall zeigen. Also das sieht für mich wirklich cool aus. Es ist natürlich kein sehr nahes Makro. Aber ich kann die Blumen durchaus gut fotografieren und bin so nah dran, dass ich auch schön freistellen kann, zumindest was die Fotos angeht. In beiden Fällen der Objektive. Jetzt ist die Frage, wie sieht das Ganze aus, wenn ich mit dem Makro rausgehe und mache Fotos. Auch da habe ich noch Fotos für dich hier vorbereitet, die ich dir zeigen möchte. Und da siehst du natürlich, dass du mit dem Makroobjektiv sehr präzise Kleinigkeiten fotografieren kannst. Also das ist natürlich völlig klar, machen wir uns nichts vor. Dafür wurde das Ganze gebaut, dafür ist es konzipiert. Und das kann es auch sehr, sehr gut. Aber für den schnellen Shot, wenn du unterwegs bist und hast kein Makro dabei, reichen diese beiden in diese Richtung, denke ich, durchaus aus. Und wie ich das Ganze mache, möchte ich dir auch noch erklären. Und zwar nehme ich mir das Objektiv hierher. Und wenn ich an der Kamera das Ganze dran habe, dann benutze ich eher nicht den Autofokus. Es sei denn, ich bin so weit weg und das Ganze funktioniert. Aber in der Regel benutze ich keinen Autofokus. Ich schalte auf manuellen Fokus und drehe den manuellen Fokusring auf die geringste Naheinstellgrenze. Und die ist ja nun unterschiedlich von Objektiv zu Objektiv. Und hier beim 70-200 sind das anderthalb Meter. Also die muss ich mindestens Abstand halten, um fokussieren zu können und auch um ein Foto machen zu können. Also fokussieren zu können bedeutet gleichzeitig, ich kann auch scharf stellen generell im Bild darauf. Ja, und dann stelle ich darauf, hier auf die anderthalb Meter, wie gesagt. Und dann bewege ich mich vor und zurück, bis ich eben die Blüte oder das, was ich fotografieren möchte, im Fokus habe. Und über die Systemkameras ist das natürlich heutzutage ideal. Du siehst dann auch im Display über das Fokus-Peaking, wo ist jetzt scharf gestellt, wo ist es nicht scharf. Und dann weißt du selbst auch schon, musst du etwas weiter zurück oder etwas näher ran. Ja, und dann ist es eigentlich schon soweit gemacht. Du hast dann deine Position erreicht, wo du fotografieren oder filmen kannst und dann kannst du loslegen. Und das gleiche mache ich bei dem Sony, wobei bei dem Sony nochmal die Besonderheit besteht, dass ich hier einen etwas präziseren Autofokus habe, weil es eben an der Sony-Kamera verwendet wird. Wenn ich das 70-200 an dem Canon-System benutze, kann ich es auch so gut verwenden. Wobei die neueren RF-Linsen einfach da ein bisschen besser sind, machen wir uns nichts vor. Aber grundsätzlich mache ich es so, dass ich, wie gesagt, auf die kleinste Nahe Steckgrenze fokussiere und dann weiß ich auch in der Regel, wo ich bin. Und das siehst du auch schon durch die Vorschau, durch das Display oder durch den Sucher, wie das fertige Foto aussehen könnte. Und dann hast du schon ein Gefühl dafür, passt das für mich? Gelingt es mir überhaupt mit diesem Objektiv, ein Pseudo-Makro anzufertigen? Oder ist es doch eine Mogelpackung und ich lasse es lieber sein? Du kannst natürlich auch in so einem Fall, wenn du Windstille hast, das Ganze mit einem Hi-Reth-Shot machen, also mehrere Bilder machen, im Nachhinein übereinanderlegen im Photoshop und hast dann ganz viele Megapixel und kannst noch weiter reinzoomen und reinkroppen, wenn du das möchtest. Aber auch dann hast du nicht den Look eines Makro-Objektives wie diesem hier. Also ich könnte jetzt hier mit der A7 R5 mit über 60 Megapixeln deutlich weiter hineinzoomen als mit der A7 IV, die mich gerade filmt. Klar, doppelte Anzahl von Auflösung, also ich kann viel weiter reinzoomen. Aber der Look ist nicht der gleiche im Makrobereich, das sieht einfach nochmal anders aus. Und hier mit dem Makro kann ich eben deutlich näher heran, kann noch viel besser freistellen und habe, wie ich schon sagte, die Möglichkeit, Details besser herauszustellen. Also, ich fasse nochmal zusammen, wenn ich die Wahl habe zwischen ich kann mir nicht aussuchen und ich kann mir aussuchen, was ich mitnehmen möchte und ich weiß, ich könnte vielleicht hier doch mal Makros fotografieren oder muss sogar Makros fotografieren, dann nehme ich auf jeden Fall das Makro auch gern mit. Und wenn ich auf Wandertouren gehe und habe nicht die Möglichkeit, alles auszuwählen, was ich möchte, dann nehme ich in der Regel kein Makro mit, weil ich in der Regel dann darauf verzichten kann. Dann reicht es mir aus, wenn ich mit dem Teleobjektiv oder diesem hier ein Pseudo-Makro mache, was auch sehr cool aussieht, was auch einen sehr schönen Look hat, je nachdem eben, was du möchtest. Dann reicht mir das in der Regel. Und im Zweifel könntest du, das wissen viele gar nicht, auch noch Makrodistanzringe dir mitnehmen. Die kosten nicht furchtbar viel. Die werden quasi zwischen Objektiv und Kamerabody dazwischen eingespannt und dann hast du quasi einen größeren Abstand zwischen Objektiv und Sensor. Und dann kannst du ein tatsächlich Pseudo-Makro-Foto dann schießen. Da kannst du auch wunderbar Kleinigkeiten fotografieren. Das ist ein anderes Fokusverhalten, ein anderes generell Verhalten, was den Look angeht. Aber so zum Spaß, einfach zum Fun, das Ganze mal dabei zu haben. Wenn du irgendwie etwas Makro-Ähnliches machen möchtest, geht das durchaus. Ernsthafte Makro-Fotos würde ich natürlich immer mit einem richtigen Makro-Objektiv dann fotografieren. Also, du musst natürlich für dich entscheiden, was du brauchst und was du möchtest. Denn ich weiß, jetzt werden mich demnach einige fragen, brauche ich jetzt ein Makro-Objektiv? Jetzt wurde gesagt, es funktioniert mit den Teleobjektiven nur so lala, je nachdem. Auch da kann ich nur sagen, entscheidet das für dich. Wenn du tatsächlich öfter Fotos machst, die im Makro-Bereich sich eher befinden, dann würde ich durchaus mein Makro vielleicht ausleihen. Es gibt auch günstige Alternativen, also günstige Hersteller, die meinetwegen keinen Autofokus haben, nur manuelles Fokussieren. In der Regel reicht das auch aus im Makro-Fotografieren, denn da möchtest du in der Regel auch nur manuell fokussieren. Zumindest mache ich das. Und dann würde so ein Objektiv auch reichen und die sind jetzt wirklich nicht furchtbar teuer. Für alle anderen würde ich sagen, reicht ein normales Täler aus. Wenn die Naheinsteckgrenze klein genug ist, kannst du damit auch kleine Makro-Shots machen, die gut aussehen. Und dann musst du in der Regel nicht das Geld dafür noch ausgeben und kannst dir das Ganze sparen. Ich hoffe, das Ganze war ein bisschen informativ. Ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich höre jetzt auf, hier zu reden. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn du das Gefühl hast, Makro-Fotos macht heutzutage niemand mehr, das Video ist überflüssig, dann gerne einen Daumen nach unten. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann unbedingt jetzt machen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Der Vergleich, also ich würde sagen, wir fangen sofort an. Mitgebracht habe ich, wie gesagt, das Canon 200... Und... ... ... ... Vielen Dank.